Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendereihe. Diese neue Serie heißt Biblischer Minimalismus widerlegt. Wir gehen durch die bekanntesten Figuren des biblischen Minimalismus, schauen uns ihre Behauptungen bezüglich des Alten Testamentes an und werden ihre Sichtweisen korrigieren. In Folge 1 beginnen wir mit Thomas L. Thompson. Thompson schreibt in Early History, zweierlei lässt sich hier also erkennen. Erstens bei der Stiftshütze und der Bundeslade um Rückprojektionen von Bräuchen aus der Zeit Salomos und Jerobeams. Diese Vorstellung hat man typischerweise im 19. Jahrhundert vertreten. Und auf der anderen Seite Thompson nimmt an, dass es sich selbst bei den kultischen Bräuchen in der Zeit Salomos und Jerobeams um Fiktion handele. Beide Berichte seien also Erfindungen einer späteren Zeit. Damit ignoriert er allerdings alle Vergleichsdaten, die erkennen lassen, dass das Heiligtum sehr wohl ins zweite Jahrtausend passt. Wir haben ja bereits gesehen, dass das Zeltheiligtum Ähnlichkeiten mit Heiligtümern und Ordnungen im damaligen Ägypten des zweiten Jahrtausends hatte und dass der Trend der Bundeslade sehr gut ins zweite Jahrtausend passt, da solche Schreine des Öfteren zum Transport heiliger Dinge angefertigt wurden. Zudem kann die Leugnung der Kulterneuerung unter Salomon Jerobeam I. keine greifbaren Belege aufweisen. Die Bauwerke von Biran und Dan erfordern eine andere Schlussfolgerung. Im gleichen Werk findet sich die Aussage, es sei willkürlich, wenn man das biblische Israel mit Merempta beginnen ließe. Denn das und das damit begründet, dass dafür eher eine außerbiblische als biblische Begründung vorliege. Diese Texte seien mirabile Dictu weniger wichtig als biblische Überlieferung, sondern nur deshalb, weil sie es erst notwendig machen, eine Verbindung zwischen ihnen und der Überlieferung Israels herzustellen. Bei der Israelstile hätten wir lediglich einen Namen in einem bestimmten historischen Kontext. Und die Erkenntnis, dass sich die Bedeutung des Orts- und Volksnamen über Jahrhunderte veränderte, sei allgemeingut. Darauf ist zu erwidern, dass es umgekehrt höchst willkürlich ist, die Erwähnung des Namens Israel auf der Merempta-Stelle nicht im Zusammenhang mit dem biblischen Israel zu bringen. Die Aussage Thompsons übergeht ganz einfach einen klaren Beleg für die Existenz Israels, genauso wie die Erwähnung von Damaskus, Ugarit, Tyrus, Sidon, Byblos, Hatti und so weiter in ägyptischen Texten auch erweisen, dass es diese Orte gab. An keiner Stelle wird von einer wechselnden Bedeutung oder einer regionalen Verpflanzung dieser Orte gesprochen. Das gleiche gilt auch für Orte und Gegenden in Kanan. Wenn Megiddo, Tanach, Shunem und so weiter erwähnt werden, handelt es sich genau um die gleichen Orte, die auch in der hebräischen Bibel genannt sind. Nichts anderes kann für andere geografische Bezeichnungen wie Moab, Seir-Edom, Pa-Emek oder die Ebene Jezreel gelten, dass Israel auf der Meremta-Stelle als Nachbar Gesers und Aschkelons erwähnt wird, darf nicht in Zweifel gezogen werden. Bis zur Deportation durch die Assyrer und zum Beginn des babylonischen Exils gab es im Bergland östlich der Küstenebene dieses Israel Meremtas. Dorthin kehrten diejenigen Judäer, die das babylonische Exil überlebt hatten, seit dem Jahr 538 v. Chr. zurück. Anstatt von einem Bedeutungswechsel des Namens zu reden, sollte man von den ganz normalen historischen Bezeichnungen in den außerbiblischen und biblischen Quellen ausgehen. Der Name Israel auf der Meremta-Stelle zeichnet eine Volks- und Stammesgruppe und nicht ein Territorium oder einen Stadtstaat. Alles andere macht keinen Sinn, vor allem wenn man bedenkt, wie sorgfältig der oder die Schreiber gerade bei diesem Monument formulierten. Wenn es aber im Jahr 1209 v. Chr. Stammesgruppen waren, so hatte sich Israel in den nächsten 200 Jahren zu einem schlichten Königtum entwickelt, das für kurze Zeit vor dem Zerfall in zwei Staaten sogar ein Großreich war. Wenigstens die beiden Reiche sind auch außerbiblisch bezeugt. In dem Buch The Mythic Past schreibt Thompson, Der zweite Teil des Namens, Büt David, in der Teldan-Inschrift lautet David. So würde sicherlich der Name des biblischen Helden in David in frühhebräischer Schrift geschrieben worden sein, doch David sei ein ungewöhnlicher Name. Diese Bezeichnung kommt noch wenigstens einmal in einer anderen Schrift aus dem 8. Jahrhundert, nämlich der Mesha-Stelle aus dem Transjordanland vor, und es handele sich um das Prädikat einer Gottheit. Und das ist zwar nicht der Name eines Gottes, aber es könnte ein göttlicher Titel sein und wäre dann mit der Geliebte zu übersetzen. Und in der Mesha-Stelle scheint er als Titel für Jahwe benutzt zu werden, der Name des Gottes der Bibel. Wenn man es im Sinne von Dynastie David verstünde, wäre ein Hinweis auf ein Haus David gegeben, das zur Zeit der Inschrift existierte. Aber damit wäre auch nichts über eine Person namens David als früher Gründer einer Dynastie gesagt. Und in der Bibel würde der Ausdruck Haus David nicht im Sinne von Dynastie gebraucht, wie man etwa im Englischen vom Haus der Stuarts spricht. Es gibt auch andere Gelehrte, die Anzeichen dafür fanden, dass es sich bei der Infoschrift um eine Fälschung handeln könnte. Doch hier liegt schlechte Information vor. Erstens, der Name David kommt zwar selten vor, aber ist nicht ohne Parallelen. Zweitens, David David ist weder Name noch die Würdebezeichnung einer Gottheit. Andere Personen werden von einer Gottheit geliebt. Dafür gibt es unzählige Belege. Aber männliche Gottheiten werden nicht von anderen männlichen Personen geliebt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Gottheiten oder Menschen handelt. In Ägypten werden nur weibliche Götter von ihren göttlichen Ehegatten geliebt. Drittens, die Mesha-Stelle stammt aus dem 9. und nicht dem 8. Jahrhundert. Und viertens, auf der Mesha-Stelle ist David kein Würdename, weder für Jahwe noch für sonst jemanden. Mesha wird in Seile 12 anschließend sagen, Ein Reinigungsgefäß, ein Becken oder Wassertrank gehört üblicherweise im Alten Orient zur Einrichtung eines Tempels oder Schreins zum Gebrauch für Priester in ihrem Amt. Genauso etwas fand sich in Horvath-Kidmit, wo eine ovale Einfriedung sowohl einen Altar als auch ein Steinbecken enthielt. T-förmige Becken fangen sich in Heiligtümen ägyptischer Gottheiten und so weiter. Gegen Thompson muss zusätzlich festgehalten werden, dass die Formulierung Haus des X in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends im ganzen Alten Testament sich auf den Gründer einer Dynastie bezieht. Es handelt sich um einen aramäischen Ausdruck, der in die assyrische Nomenklatur übernommen wurde. Beispiele dafür gibt es tatsächlich genug. Der Ausdruck entspricht gegen Thompsons Ausführungen wirklich wenigstens in manchen Quellen der Formulierung Haus der Stewards und so weiter im Englischen. Nicht nur in Aram, Assur oder Judah kommt es vor, sondern auch im Englischen. Sondern auch in Ägypten lautete der offizielle Titel der 12. Dynastie Könige des Hauses, wörtlich der Wohnung, des Itet-Tavi, der Dynastie des Itet-Tavi. Turin-Kanon bzw. Königs-Papyrus Turin. Die 13. Dynastie wird in gleicher Weise bezeichnet. Könige, die aus dem Haus des Königs Sehet-Pibre kommen, dem Begründer der 12. Dynastie. Die Ausgrabungsexpedition von Dahn eine Fälschung zu unterstellen, entbehrt übrigens jeder Grundlage durch die Fakten. Auch in Telmikne in Ekron war die vor kurzem entdeckte Stein in Schrift kaum der Erde entrissen, als der Chor der Minimalisten schon auf Fälschung plädierte, ohne auch nur den geringsten Grund dafür vorweisen zu können. Am Ende werden auch noch die Monumentalszene Schoschenk des Ersten in Karnak, etwa auf Anweisung Champilons, oder die riesigen Keilschriftarchive aus Assur und Babylon ungelesen als Fälschungen deklariert, nur weil sie Namen von israelitischen Königen enthalten oder ihre Chroniken mit dem Schicksal Jerusalems, Jojakins usw. übereinstimmen, wie es die Könige Bücher und Jeremia berichten. Derartige Vorwürfe sollten also besser unterbleiben. Zudem ist es gut begründet, in Zeile 31 der Mescherstelle zu lesen, nun, was die Horonen betrifft, dort wohnte das Haus David, es fehlt nur das D und es gibt kaum sinnvolle alternative Lesarten. Die Gründe auf der Namensliste Schoschenk des Ersten Höhen Davids zu lesen, ist ebenfalls klar. In seinem Werk schreibt Thompson, von den legendären Geschichten wurde behauptet, dass sie in Wirklichkeit gar nicht so legendenhaft seien. Für einige werden die biblischen Berichte dadurch historisch glaubwürdig, weil sie Salomo als eine Art Krösus beschreiben, wie dies von den Königen Ägyptens bekannt sei. Doch man wolle ja bezweifeln, dass selbst jemand wie Asahardon mit Gold um sich werfen konnte. Thompson gibt sich also nicht damit zufrieden, Asahardon der Lüge zu bezichtigen, er weigert sich auch, die konkreten Belege zur Kenntnis zu nehmen, die vorliegen. Der Vergleich mit außerbiblischen, authentischen Quellen zeigt, dass Salomos Reichtum, so wie er im Königebuch beschrieben wird, keineswegs außergewöhnlich oder fabel- oder legendenhaft war. Verglichen etwa mit Osarkon I. wirkt Salomo ja geradezu arm. Goldbeläge an den Wänden, wie solche, gegen die sich Thompson wendet, waren normal. In Kanak in Ägypten waren einige Tempelsäulen aufgeraut, damit man sie von oben bis unten vergolden, also nicht nur mit einem dünnen Goldplatz versehen, Goldputz versehen konnte. Um einen kleinen Eindruck vom großzügigen Umgang mit dem Reichtum zu erhalten, muss man nur die beiden vor kurzem entdeckten Begräbnisstätten zweier assyrischer Königinnen betrachten. Einen goldenen Thron. Einem Pharao wurde derer gleich zehn zur selben Zeit gesandt. Es ist also nicht angebracht, die Berichte über Salomos Reichtum als Fantasie abzutun. Solcher Reichtum lässt sich natürlich kaum auf Dauer halten. Was Salomo und seine Nachkommen nicht an Ägypten verloren, ging später in assyrischen Besitz über. Assur bzw. Ninive wurde wiederum von Babylonien und Medern eingenommen. Alexander plünderte Persepolis. Seine Nachkommen wiederum verloren Land und allen Besitz im Westen an Rom und im Osten an die Partha. Abgesehen davon, dass ganze Vermögen ausgegeben wurden, um Aromatika und Parfüme aus Arabien oder andere Luxusgüter aus Indien und anderen Ländern zu erwerben, kann man fragen, was mit dem Reichtum Roms geschah. Durch die Jahrhunderte verlor er sich im Verlauf der geschichtlichen Ereignisse. Ferner wird gesagt, die Existenz einer vereinigten Monarchie sei, wie sie die Bibel darstellt, im 10. Jahrhundert unmöglich, weil Judah noch kein sesshaftes Volk war und weil es vor der Expansion des asyrischen Einflusses in der südlichen Levante keine überregionale politische oder ökonomische Basis für eine Macht in Palästina gab. Alle diese Aussagen, mit denen man dies, das Davidisch-Salomonische Großreich, in Zweifel ziehen möchte, sind falsch. Thompsons Buch erschien im Jahr 1992, also einige Zeit bevor Finkelstein seine Behauptungen veröffentlichte, 1995 folgende, nach denen die Grabungsschichten, die bisher ins 10. Jahrhundert datiert wurden, in eine spätere Zeit gehören sollen. Diese Schichten lassen sich also mit Recht mit dem vergleichen, dass Thompsons behauptet, zu dieser Zeit sei Judah noch nicht sesshaft gewesen. Zunächst einmal scheinen die Fakten dafür zu sprechen, dass die in der früheren Eisenzeit, 1, also Richterzeit, überhastet aufgebauten Dörfer im 10. Jahrhundert durch weniger, aber größere Städte ersetzt wurden. Damit wäre der erste Schritt zu einer Urbanisierung getan. Aber schon während des 12. und 11. Jahrhunderts vor Christus lebte die dortige Landbevölkerung zum Teil als Hirten, Schafe, Ziegen und Rinder, zum Teil als Ackerbauern. Diese Berufe waren an das Dorfleben gebunden und setzten also die Sesshaftigkeit voraus. Auch in der Folgezeit mussten die Leute notwendigerweise ihren Lebensunterhalt auf ihrem eigenen Grund und Boden erwirtschaften, wobei die Menschen sich vermehrt in Städten niederließen und von dort aus ihre Äcker und Weiden kontrollierten. Dann gilt es zu bedenken, dass die Herrschaft Davids und Salomos keineswegs ausschließlich von Judah getragen wurde. Das Zentrum war Jerusalem. Dazu kam Judah als Stammland Davids und Salomos. Die Steuern wurden aber auch aus allen anderen Stammesgebieten, aufgeteilt in zwölf Verwaltungsbezirke 1. Könige 4, 7 bis 19, die den israelitischen Teil des geeinten Reiches darstellen, erhoben. Damit hatte David eine ausreichende Basis, in wiederholten Kriegen die benachbarten Königreiche zu unterwerfen. Die Staaten im Ostjordanland waren kleiner und weniger weit entwickelt als sein Reich. Aram Zobar fiel bei einem direkten militärischen Angriff und musste Davids Oberherrschaft anerkennen. Hamad schloss sich im Rahmen eines Bündnisses an, ohne erobert worden zu sein. Nachdem die Reiche östlich des Jordan und Zobar tributpflichtig waren, hatte das Davidische Königreich in Jerusalem eine ansehnliche politische und wirtschaftliche Basis, die durch den Handel, der über die Wege seines Gebietes führte, noch weiter ausgebaut wurde. Die Kritik Thompsons ist somit nichts anderes als Selbsttäuschung. Nachdem Thompson Zeile 4 bis 8 der Mesha-Stelle zitiert, in denen Omri, König von Israel als Unterdrücker Moabs, erwähnt wird, wird er wieder in der Mythic Past, The Bible and History schreiben, die Inschrift sei kein historischer Text, sondern es sei in einer breiten literarischen Tradition anzusiedeln, in der Geschichten über Könige aus alter Zeit erzählt werden. Es gebe eine ähnliche Geschichte, die autobiografisch in der ersten Person erzählt, die wenigstens in das 13. Jahrhundert vor Christus zurückreiche und von dem König Idrimi von Alala erzähle. Idrimi, der tatsächlich über dieses Stadt herrschte, lebte etwa 200 Jahre vor der Niederschrift dieser Erzählung. Auch die Mesha-Geschichte sei in der ersten Person und im Namen des Königs selbst verfasst und stelle somit die Zusammenfassung seiner Herrschaft dar. Seine Zeit sei allerdings vorbei und beide Inschriften, die wurden zur Ehre eines großen Königs der Vergangenheit geschrieben und fassen seine Herrschaft zusammen. Weiter verweist Thompson auf die Geburtslegende über Sargon von Akkad und dann wird bemerkt, die Inschrift auf dem Sargon gewidmeten Monument finge ähnlich wie die an, die Idrimi und Mesha gewidmet seien, nämlich in der ersten Person und fasst seine Biografie zusammen. Dann wendet er sich Hammurapi von Babylon zu und stellt fest, das berühmteste Monument, das das Werk eines großen Königs der Vergangenheit zusammenfassend darstellt und pseudobiografisch in der ersten Person geschrieben ist, sei die Stelle von Hammurapi, die den Kodex Hammurapi schuf. Während das Original dieses Monuments möglicherweise in die altbabylonische Zeit zurückreiche, lieferte es noch Jahrhunderte später Material für mesopotamische Literatur. Aus der Sicht eines erfahrenen Orientalisten, der sich mit Ägyptologie, Texten des Alten Orients und altorientalischen Zivilisationen beschäftigt hat, sind an diese Ausführungen folgende kritische Anfragen zu stellen. Erstens, abgesehen davon, dass der Kodex Hammurapi als klassischer Text von späteren babylonischen Schreibern tatsächlich kopiert wurde, sind die Behauptungen Thompsons ansonsten völlig falsch, da das große Monument unzweifelhaft ein Original aus der Zeit Hammurapis ist, was jeder Keilschriftforscher bestätigen würde. Darin sind sich alle Spezialisten für Keilschrift einig. Der Gebrauch der ersten Person ist kein Pseudo, sondern ebenfalls in jeder Hinsicht echt und ursprünglich, genauso wie es bei den anderen beiden frühen Gesetzessammlungen von Urnamu und Lipit Isthar aus dem späten dritten beziehungsweise frühen Jahrtausend der Fall ist. Die Kenntnisse über Thompsons, über den Gebrauch der ersten Person in derartigen Texten, sind sehr gering und gehen in die Irre. Er ist nicht ausschließlich Gedenktexten oder späteren Legenden vorbehalten, die nach dem Tod eines Monarchen verfasst wurden. Dies lässt sich anhand einer Vielzahl von Texten belegen. In seinen Zehnjahresanalen zum Beispiel beginnt Mursili II. in der ersten Person zu sprechen, verweist auf seine bescheidene Vergangenheit, um anschließend die Zehnjahre erfolgreicher Kriegsführung zu beschreiben. All dies geschieht ausschließlich in der ersten Person. Daraufhin stellt er fest, dass er nun zehn Jahre regiert habe und verspricht, alle weiteren Erfolge festzuhalten. Es ist bekannt, dass dieser Text nicht erst nach seinem Tod geschrieben wurde, denn er lebte tatsächlich weiter und führte in der Folgezeit viele weitere Jahre Kriege, wie sich aus seinen analen zweifelsfrei belegen lässt, dass die in seinen 21. Regierungsjahren sogar darüber hinaus reichen. Dann die in hittitischen Hieroglyphen und phönizischer Sprache zweisprachig abgefasste Inschrift Azidavadas, eines lokalen Vasallenkönigs des Herrschers von Adana aus dem ersten Jahrtausend vor Christus in Silizien, beginnt genau wie die Mesha-Stelle in der ersten Person Singular. Es folgen verschiedene Titel, denen sich ein fortlaufender Bericht in der ersten Person anschließt. Gegen Ende bittet er eindeutig um Gesundheit und langes Leben beziehungsweise noch viele Jahre. Es handelt sich dabei nicht um eine nach seinem Tod verfasste Legende, sondern um einen Text, der zu Lebzeiten des Königs geschrieben wurde. Und gleiches gilt für Jehimlik, den König von Byblos. Denn eben jener schreibt ebenfalls in der ersten Person Singular und der Text beginnt und auch er bittet weit vor seinem Tod um langes Leben. In Mesopotamien wurden wie auch anderswo Texte sowohl in der ersten Person als auch in der dritten Person verfasst. Zu solchen Texten in der ersten Person, die nicht erst nach dem Tod geschrieben wurden, zählen zum Beispiel diejenigen von Lipid-Istar, Warad-Sin-Kudur-Mabuk, Rim-Sin dem Ersten. Es handelt sich hier um seinen dritten Text, Hammurapi, Amiditani und Samsi-Adad der Erste. Alle stammen aus dem frühen 2. Jahrtausend. Im 1. Jahrtausend ging jeder größere assyrische König in den verschiedenen Ausgaben seiner Analen, die natürlich auch nicht erst nach seinem Ableben verfasst wurden, genauso vor. Die Reihe dieser Könige reicht von Tiglath-Pileser dem Ersten bis Asurbanipal. Gleiches gilt auch für ihre hohen Beamten im 8. Jahrhundert, deren Texte zu ihren Lebzeiten geschrieben sind. Auch die neubabylonischen Herrscher Nabopolassa, Nebukadnezer der Zweite und Nabonid, können in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden. Ein Blick nach Ägypten rundet das Ganze ab, so formuliert zum Beispiel Tutmosis III. auf der Stähle von Gebel Barkal, meist in der ersten Person. Eine Datumszeile und eine Einleitung, konventionell in der dritten Person verfasst, sind vorangestellt. Das Monument datiert aus seinem 47. Regierungsjahr. Der König regierte aber noch weitere sieben Jahre bis zu seinem 54. Regierungsjahr. Der König regierte aber noch weitere sieben Jahre bis zu seinem 54. Regierungsjahr, während das Monument aus seinem 47. Regierungsjahr stammt. Damit erweist sich der Text alles zu seinen Lebenszeiten erfasst. Es gibt keine Gründe, die Mesha-Stelle als einen Gedenkstein zu verstehen, der erst nach dem Tod des Königs verfasst worden wäre. Es handelt sich vielmehr um einen üblichen Text, der von Siegen und Bautätigkeiten berichtet, wie dies auch für die Stählen Sakurs und Hamad und Panamovast I. von Samal gilt. Trotz anderer Behauptungen ist auch die Inschrift Idrimis weder pseudobiografisch noch notwendigerweise nach seinem Tod verfasst. Wenn Letzteres zuträfe, wäre ihre Entstehung jedoch nicht später als in die Zeit der Regentschaft seines Sohnes und Nachfolgers zu datieren. Es ist auch anderwärts üblich, dass neu gekrönte Könige dem verstorbenen Vater ein Denkmal setzen. Ein Beispiel dafür bietet der Text Barakups im Gedenken an seinen Vater Panamuwa II. Oder der hethetische Hieroglyphentext von einem gewissen Ruwa, der ihm von seinem Neffen Huli zugedacht war. Echte Bestattungstexte lassen sich am besten verdeutlichen durch die Begräbnishandlungen, wie sie durch Funde bekannt geworden sind. Und die für Idrimis-Statue angegebene Datierung ist ebenso falsch. Sie stammt aus dem 5. Jahrhundert, auch wenn sie in einer Zeit aus dem 13. Jahrhundert geboren wurde, in einer Schicht aus dem 13. Jahrhundert geborgen wurde. Hier handelt es sich um das gleiche Phänomen wie bei den Stählen Setos I. und Ramses II., die beide aus dem 13. Jahrhundert vor Christus stammen, aber in einer jüngeren Schicht in Bechian gefunden wurden. Die Mesha-Stelle stammt also tatsächlich aus der Zeit, über die sie berichtet. Dieses Ergebnis wurde deswegen so ausführlich behandelt, weil Thompson nicht der einzige Alttestamentler ist, der vergleichbare Inschriften aus der Umwelt der Bibel genauso kritisch betrachtet. Die Sagan-Legende gehört zu einer ausgesprochenen, seltenen Textgattung und kann deshalb nicht für weitreichende Verallgemeinerungen benutzt werden. Das eigentliche Anliegen Thompsons war es also, den Hinweis auf Omri-König von Israel im Mesha-Text als historisches Zeugnis in Misskredit zu bringen. Seine Ausführungen über literarische Motive gehen aber völlig an der Sache vorbei. Wann immer Könige des Altertums historische Texte verfassten, bedienten sie sich allgemein bekannter literarischer Ausschmückungen mehr nicht. Diese literarischen Ausschmückungen reduzieren nicht Wert und Gehalt der historischen Aussage. Die Aussage, dass Bithumri in die Welt der Märchen gehöre, ist nicht haltbar. Die Terminologie passt in jeder Hinsicht zu analystischen und historischen Texten in Assur und ist nicht märchenhafter als andere Namen mit Bith. Damit müssen Thompsons kritische Vorstöße als gescheitert betrachtet werden und diese minimalistischen Angaben, die bis heute leider prägend sind, sind nicht mehr bedeutsam.